Das hier ist Penda. Aus Mexiko. Hervorragender Stoff. Das ist Bava. Anders, aber genauso gut. Und das ist Choco. Aus dem Erzgebirge in Deutschland. Die ersten beiden kosten dasselbe. 300 pro Gramm sind Freundschaftspreise. Aber der hier ist ein bisschen aufwendiger. Der hier kostet 500 pro Gramm. Aber wenn du ihn schießt, weißt du, warum du was draufgezahlt hast. Also an den beiden hier gibt's nichts auszusetzen. Das ist wirklich, wirklich guter Stoff. Aber das hier? Das hier ist Penda. Aus Mexiko. Hervorragender Stoff. Das ist Bava. Anders, aber genauso gut. Und das ist Choco. Aus dem Erzgebirge in Deutschland. Die ersten beiden kosten dasselbe. 300 pro Gramm sind Freundschaftspreise. Aber der hier ist ein bisschen aufwendiger. Der hier kostet 500 pro Gramm. Aber wenn du ihn schießt, weißt du, warum du was draufgezahlt hast. Also an den beiden hier gibt's nichts auszusetzen. Das ist wirklich, wirklich guter Stoff. Aber das hier ist der einzige Wahnsinn. Untertitelung. BR pupil. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Genau vor einem Jahr, vor der Halloween-Nacht, hat er 16 Menschen umgewacht. Vielleicht noch mehr. Er war auf der Suche nach einer Mannschaft. Beinahe hätte er sie auch erwischt. Aber sein Doktor, der war bewaffnet. Schoss auf ihn. Sechsmal. Ja, und dann hat er ihn angezündet. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Jesus. Jesus hat nichts damit zu tun. Das war's. 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 Das war's.